24 Stunden Mutter sein, sieben Tage die Woche, was für die eine der absolute Traum ist, macht der anderen Angst, auf der Strecke zu bleiben. Barbara Kalich, Talk um vier. Heute treffen zwei Welten aufeinander, Vollzeitmütter und Karrierefrauen. Herzlich willkommen Ihnen, schönen Nachmittag Euch. Martina kehrte zehn Wochen nach der Geburt ihres Sohnes wieder in den Arbeitsalltag zurück. Familie und Karriere in Einklang zu bringen, war für sie immer schon selbstverständlich. Tanja hat sich im Gegensatz dazu gegen eine Karriere entschieden, um sich voll und ganz ihren zwei Kindern zu widmen. Sie legt großen Wert darauf, sie in ihren entscheidenden Entwicklungsjahren zu begleiten und zu unterstützen. Milena bringt ihre zwei Kinder und ihre Karriere unter einen Hut. Sie hätte sich nie vorstellen können, ihren Job, der Kinder wegen, zu vernachlässigen. Monika war 30 Jahre lang aus Überzeugung Hausfrau und Vollzeitmutter. Ihre drei Töchter sind ihr sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit. Vanessa will kinderlos bleiben, um sich zu 100 Prozent auf ihre berufliche Laufbahn zu konzentrieren. Kinder würden ihrer Karriere wohl nur im Weg stehen. Und Elisabeth war neun Jahre lang gerne Vollzeitmama. Für sie war es immer ihr größter Wunsch, nach der Geburt ihrer drei Kinder zu Hause zu bleiben. Genau wie ihre Mutter es getan hatte. Spannende Zugänge zum Leben, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen, sieht jede Frau immer noch anders. Vielleicht beginnen wir mit dem Thema, was euch dazu bewogen hat, also Team Vollzeitmütter tatsächlich zu Hause zu bleiben. Monika, du bist die Älteste in dieser Runde. Ich glaube, zu deiner Zeit war das damals auch noch so üblich. Ja, schon. Aber ich muss sagen, ich bin prinzipiell ein Familienmensch. Und für mich war schon als Mädchen oder als Teenager klar, dass ich mir einmal einen Mann suche, der auch Familie will. Und ich möchte Kinder haben und ich möchte Hausfrau sein. Das wusste ich immer schon. Und das ist Gott sei Dank in Erfüllung gegangen. Das war dein inniger Wunsch, nicht die Gesellschaft, die das eigentlich so... Nein, es war auch damals ziemlich normal, muss ich sagen. Also ich kenne in meinem Alter jetzt, in meinem Freundeskreis keine Karrieremutter. Keine einzige. Es war eigentlich schon üblich. Nur haben dann viele Frauen Teilzeitarbeiten angefangen und so weiter. Aber ich bin immer Hausfrau geblieben. Also 30 Jahre. Die jüngste Tochter dann im Beruf angefangen hat. Genau. Martina, für dich wäre das unvorstellbar. Aber du wolltest ja auch Familie und Kinder. Hast du ja auch. Ja. Aber trotzdem bist du nicht zu Hause geblieben. Du hast nach zehn Wochen bereits wieder zu arbeiten geblieben. Genau, korrekt. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass ich zu Hause bleibe. Warum nicht? Naja, ich glaube, ich habe sehr früh, glaube ich, verspürt, oder die intrinsische Motivation, Karriere machen zu wollen. Ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch und habe für mich, als ich entschieden habe, meinen Sohn, also es ist ein Sohn geworden, mein Kind zu kriegen, habe ich gedacht, also ich habe das nie in Frage gestellt, warum ich eigentlich mich entscheiden sollte, zwischen Karriere und ein Kind zu haben. Für mich war das völlig selbstverständlich. Unterstützung hattest du? Ja, mehrfach. Also ich hatte, als mein Sohn zehn Wochen alt war, hatte ich mich für eine Tagesmutter entschieden. Diese Tagesmutter hatte aber zu viele kleine Kinder. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Und habe mich dann für eine Nenne, für eine Kinderfrau entschieden, bis zum zweiten Lebensjahr. Und dann ging mein Sohn in die Kita, eine Ganztageskita, bis zum sechsten Lebensjahr. Und dann in eine Grundschule. Ich habe ihn ja auf eine Privatschule gegeben, weil ich wusste, die, also war erstens ein bilingualer Unterricht. Er hat damals Englischunterricht gehabt, ist dann nachmittags noch betreut worden, hat da Fußball gespielt, hat seine Hausaufgaben gemacht. Und das ging dann so über ins Gymnasium, war auch bis, also zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr noch ein Angebot. Und dann ging er ins Internat. Und zwar, weil er das wollte. Also er hat sich dann für ein Internat entschieden. Und insofern war für mich das Thema, ich müsste mich entscheiden zwischen Beruf und Kind. Nie ein Thema. Nie ein Thema. Tanja, das hättest du theoretisch ja auch so machen können, doch du hast ja Karriere gemacht, oder beginnende Karriere, bevor du das erste Kind bekommen hast. Aber dann wusstest du für dich, ich bleibe zu Hause. Ich wusste von klein auf, dass ich als Mutter, ich war ein Mutterviech sozusagen, das hatte ich schon in mir. Und ich habe dann einfach nur, ich wollte nicht die Zeit verplempern und dachte, okay, bis die Kinder sich nicht ankündigen, kann man Karriere machen. Aber dann, sobald sie sich angekündigt haben, wusste ich, dass das meine Erfüllung ist, dass das meine Mission im Leben ist, dass ich mit ihnen zu Hause bleibe. Und genau, ich bereue es bis jetzt nicht. Mit welchen Vorwürfen wurdest du denn konfrontiert, also als du eben bei den Kindern zu Hause geblieben bist? Genau, es war immer, am Anfang ist man das selbstbewusst, wächst ja auch als Mutter dann erst mit der Zeit am Spielplatz, war die erste Frage immer, und wann kommt dein Kind schon in den Kindergarten? Und dann war ich immer schockiert, weil ich wollte es eigentlich erst abgeben, wenn die Schulpflicht dann eintritt. Genau, einfach nur, hast du keine Ambitionen, bist du faul, möchtest du nicht arbeiten, wieso hast du studiert und deine Zeit verplempert? Möchtest du nicht irgendwas erreichen im Leben? Einfach, das sind so die Klassiker, die einem gestellt werden, die Fragen. Tun solche Fragen weh? Mittlerweile nicht, nein, gar nicht. Also ich brenne für dieses Thema und erzähle jedem, ob er fragt oder nicht fragt, was ich davon halte. Und nein, nein, also ich bin mir meiner Rolle und der Wichtigkeit meiner Rolle jetzt mittlerweile... Also vielleicht sagst du das gleich. Von den Fragen, was ich da habe, für mich wäre das absolut nichts. Warum für dich nicht? Es gibt mir so eine Genugtuung, wenn ich meine Kinder zu Mittag abhole und ich ihnen das Mittagessen, das frischgekochte Mittagessen auf den Tisch lege. Klingt für andere wahrscheinlich total daneben und die denken sich, Gott hat ihnen nichts anderes zu tun. Aber das ist einfach, ich möchte nichts verpassen in ihrem Alltag. Die vier Stunden, die ich verpasse sozusagen, damit kann ich leben. Da stecke ich mein Erwachsenenleben in diese vier Stunden hinein. Und danach liebe ich es einfach, sie zu entertainen und mit ihren Sachen zu unternehmen. Und ich möchte einfach ihre Hauptansprechperson sein. Ich möchte nicht, dass mir andere Leute erzählen, was meine Kinder heute gemacht haben, gegessen haben, erlebt haben. Du möchtest dabei sein, wenn der erste Zahn kommt, wenn sie nicht mal die Windel brauchen, das erste Mama sagen oder was auch immer. Das war schon, genau. Jetzt zum Beispiel das Thema, der erste Zahn ist zu Hause ausgefallen und da war ich ganz stolz, dass das so getimt wurde, dass ich das nicht verpasst habe. Was denkt sich jetzt die Milena, wenn sie das hört? Viele Dinge verpasst man dann doch, wenn man berufstätig ist. Oft ist man halt dann nicht da. Bei entscheidenden Momenten. Ja, ich finde das großartig und wundervoll. Und ich glaube, genau solche Frauen braucht es auf dieser Welt. Genauso katastrophal gleichzeitig finde ich aber, dass uns die Gesellschaft einfach vorgibt, dass wir uns entscheiden müssen. Und deshalb finde ich aber auch diese Meinung großartig. Man darf sich als Frau entscheiden dürfen, was man möchte. Und es ist kein Spaß, Business-Mama zu sein, weil auch ich bin dabei beim hoffentlich ersten ausfallenden Zahn. Ich bin bei jeder Impfung dabei. Ich bin in der Früh dabei, ich trockne Tränen, ich lese abends die Gute-Nacht-Geschichte vor, aber ich sitze dann halt auch im Notfall bis Mitternacht am PC. Natürlich geht es mir schlussendlich vielleicht manchmal damit einfach nicht blendend, aber irgendwie dann schon. Ich bin müde, aber glücklich. Und das ist, glaube ich, einfach so. Ich will einfach, dass man frei entscheiden darf darüber. Und die Gesellschaft gibt es so ein bisschen vor. Und wenn man Mama ist, dann soll man Mama sein, weil wie kommst du jetzt auf die Idee, Karriere zu machen? Du wolltest ja Mutter sein. Ja, eh. Aber ich will halt nicht nur Mama sein. Ich finde, dieser Stempel ist einfach so grausam schon fast. Aber wie gesagt, nur zu Hause bei den Kindern zu bleiben fürs erste Mal, bis sie in den Kindergarten gehen, wäre für dich, warum, nicht eine Lösung gewesen? Na, weil es mein Hirn von selber gesagt hat. Bei meinem ersten Sohn war der Plan, dass ich zu Hause bleibe, ganz normal. Und nach zehn Monaten war ich einfach außer schlecht gelaunt, nicht mehr ansprechbar und zickig ohne Ende. Hat quasi eh schon alles in mir geschrien. Ich muss für mich selber wieder einfach irgendwas tun, weil auch ich bin ja trotzdem noch ein Mensch und habe meine Bedürfnisse. Das bedeutet nicht, dass ich meine Kinder weniger liebe. Das bedeutet nicht, dass ich auf sie verzichte, dass ich gern verzichte, aber ich will ja auch für mich weiterhin was tun. Weil es ist ja schon, man erzählt dir dein ganzes Leben lang, mach eine ordentliche Ausbildung, damit was aus dir wird. Und dann auf einmal heißt es so, jetzt hast du aber neun Monate lang ein Kind ausgetragen, das hast du jetzt gekriegt. Das vergisst du jetzt bitte wieder. Und damit habe ich einfach ein Riesenproblem. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass die Rolle einer Businessmutter immer einfach ist. Genauso wenig ist aber auch die Rolle einer Vollzeitmutter einfach. Elisabeth, als du das erste Kind bekommen hast, hast du dich entschieden zu Hause zu bleiben. Beim Kind und zwar voll und ganz Mutter zu sein. Hattest du diese Momente auch, wo du dir gedacht hast, wann komme ich dran? Mir fällt die Decke auf dem Schädel. Hundertprozentig. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, es gibt nicht, es gibt nur eine heile Welt und es gibt nur den Genuss am Muttersein. Es ist, glaube ich, der anstrengendste Job, den es gibt, aber auch der, der sich am meisten lohnt. Also das habe ich einfach für mich so immer schon im Herzen gehabt, dass ich das machen möchte. Dieser Wert, der war für mich so groß, dass ich gesagt habe, da stecke ich am Anfang zurück. Und wenn sie dann so rausgewurschtelt sind aus dem Ärgsten und es zeigt mir einfach die Zeit, dass es jetzt vielleicht schon möglich ist, dann möchte ich wieder langsam beginnen. Aber es war ein Herzenswunsch von mir von Anfang an. Wenn ich den richtigen Partner finde und wenn auch dieser Partner eben diese Einstellung mit mir teilt. Das heißt, es war schon auch wichtig bei der Wahl meines Ehemannes, den einmal vorher gut kennenzulernen und zu schauen, trägt er das im Herzen, weil das muss man zu zweit tragen. Jetzt hat sich die Vanessa alles angehört und ist noch die Kinderlose hier auf der Bühne. Was denkst du jetzt, wenn du das auf die Waagschale legst? Ich freue mich für alle und will trotzdem nicht. Also ich bin 32, ich sage jetzt mal, mein Zug ist nicht abgefahren. Trotzdem ich aber oft von der Gesellschaft diesen Druck spüre. Also ich habe schon Aussagen bekommen wie, was, deine Uhr tickt. Ja, okay, ich höre schlecht. Meine Uhr tickt für mich noch nicht. Also ich habe lange studiert, ich habe viel studiert, ich habe den Master gemacht, ich habe ein Diplom gemacht. Und jetzt will ich einfach mal auch leben. Also ich freue mich für alle Freundinnen, für alle Frauen, die hier sitzen. Es ist wunderschön, ein Kind zu bekommen. Aber es würde mir einfach jetzt total einen Cut reinmachen für alles, was ich die letzten 15 Jahre gearbeitet habe. Aber es geht sich ja aus. Also Martina hat es ja auch geschafft, Karriere zu machen. Ja, ja. Und auch die Milena schafft es. Ich sage auch gar nicht, dass es nicht schaffbar ist. Also ich bin mir von mir selber auch sicher, ich würde es schaffen. Ich würde wahrscheinlich nicht bis Mitternacht am Computer sitzen, sondern bis drei in der Früh und um fünf wieder irgendwas, ja, mich aus dem Bett kämpfen. Aber ich kann es mir aus, also ich habe momentan den Luxus, es mir aussuchen zu können. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Vorstellung, dass es dann doch zu anstrengend wird. Oder dass vielleicht eins auf der Strecke bleiben könnte? Ja, nämlich ich selbst. Also ich selbst würde definitiv auf der Strecke bleiben. Also ich würde sicher schauen, dass es meinem Kind super geht, dass meine Arbeit gut geleistet ist. Das Problem ist vielleicht auch, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Also jetzt gerade würde es nicht, ja, auch finanziell nicht gut reinpassen. Ich habe den Schritt gewagt und habe meinen Vollzeitjob verlassen und möchte mich jetzt auch ein bisschen selbst verwirklichen. Habe beruflich auch viel in der Eventbranche zu tun, was einer Schwangerschaft natürlich jetzt nicht so gut gesonnen ist. Das heißt, jetzt momentan einfach, ich habe auch gerade den Wunsch nicht. Du hast zuerst gesagt, dass du hörst die biologische Uhr nicht ticken. Irgendwann ist es aber dann vorbei. Die Jahre ziehen ins Land und wenn die Karriere dann so richtig losgeht, ist es dann vielleicht auch wirklich kein Platz. Könntest du dir vorstellen, dass du das dann beruhest? Später mal? Nein, ich glaube nicht. Ich habe mir, dadurch, dass ich sehr viel mit diesen Fragen konfrontiert werde, weil ich eben in einer gut laufenden Beziehung bin und in einem Alter bin, wo viele schon Kinder haben oder bekommen, werde ich auch das oft gefragt. Also die schlimmste Frage für mich ist immer, ja, wenn du dann alt bist, dann hast du ja niemanden. Ja, ich bekomme aber nicht ein Kind, nur dass ich im Alter dann... Das ist auch keine Garantie. Ja, also ich, genau, es ist keine Garantie und ich fände es extrem egoistisch, wenn ich jetzt sage, ich will im Alter nicht alleine sein und bekomme deswegen ein Kind. Wenn es passiert, passiert es natürlich. Also ich weiß, dass ich es schaffen würde und wie gesagt, mein Partner würde auch in Karenz gehen zum Beispiel. Das war nämlich etwas, was ich auch quasi die beiden Damen fragen wollte, Tanja und Elisabeth, weil zur Zeit von der Monika war Väterkarenz, es gab auch alleinerziehende Väter, aber doch sehr rar gesehen, aber Väterkarenz war damals kein Thema. Nein, war kein Thema. Wäre das bei euch in Frage gekommen? Also war als... Nein, war eigentlich nie ein Thema. Also ich muss dazu sagen, ich habe es auch... Also ich habe diese Entscheidung auch deshalb getroffen, weil ich es so kennengelernt habe. Also bei uns zu Hause war es so, dass mein Vater arbeiten gegangen ist und meine Mutter sich damals entschieden hat, bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Und ich weiß, und das waren diese Erinnerungen und das, was ich gesagt habe, wenn ich einmal Kinder bekomme, möchte ich ihnen das ermöglichen. Das war für mich die schönste Erinnerung an meine Kindheit, wenn ich bis zur Matura hin, ja, ich wusste, ich habe eine Heimat, ich habe ein Zuhause, ich habe jemanden, der auf mich wartet mit einem frisch gekochten Essen. Ich komme aus einer Kochfamilie. Und für uns war Essen auch, das hat immer einen großen Stellenwert. Und dieses Gemeinsame, um den Tisch versammelt zu sein und den Tag... Familienleben, das ist schön. Familienleben zu haben, den Tag zu teilen, das war für mich so ein großer Wert, wo ich mir gesagt habe, da kann nichts anderes mit. Ich meine, du wolltest das unbedingt, bei der Tanja, war Väterkarin sein Thema? Nein, also mein Mann hätte es gemacht, wäre ich die Topverdienerin und hätte gesagt, ich möchte unbedingt meinen Job halten. Aber das hatte ich nicht, wollte ich nicht. Und in der Branche, in der er tätig ist, wäre es auch unmöglich gewesen. Also es war jetzt kein Nein von ihm, es war einfach nur nicht möglich. Findet Milena das unfair, dass in Wirklichkeit diese ganze Care-Arbeit, diese ganze Geschichte mit den Kindern immer noch Frauensache ist? Findest du das unfair? Ja, ich sage das ja auch laut. Also in einem Satz vorhin sagten wir, es ist ja irgendwo gar kein Thema, ob das ein Mann. Ja, weil ein Mann, der nehmen wir an, alleinerziehend ist, eine gute Partnerin findet und entschließt, seine Kinder mit zwölf Monaten in eine Einrichtung zu geben. Da werden alle dahinter stehen und sagen, ja, das ist der Verdiener zu Hause, schau, der schaut, dass er die Familie aufrecht hält, damit die sich was leisten können. Und das hat er auch in der Schule großartig gemacht. Macht er seine Frau, die Mutter ist, puh, die hätte lieber keine Kinder kriegen sollen. Also das ist halt so, das ist genau dieses Thema, wo ich einfach sage, warum? Warum splitten wir so klar? Und wie gesagt, ich finde beide Rollen wunderbar. Aber dieses Splitten und dieses, man darf auch nicht vergessen, wie viele Rollen wir übernehmen müssen, ja? Weil es einfach so, und niemand redet darüber, dass das hart ist, ja? Dass wir auch irgendwann mal ausgebrannt sind und das im 2024 und verhalten uns, als wären wir wo, also... Ist dieses schlechte Gewissen, Madina, auch bei dir ein Thema gewesen? Nein. Und auch bei deinem Mann nicht? Ganz ehrlich, nein, nicht wirklich, weil ich gesehen habe, also ich habe ja meinen Sohn immer versucht, in Einrichtungen zu geben, beziehungsweise mit Tagesmüttern zu versorgen, er hat sehr früh eine zweite Sprache gelernt, mittlerweile spricht er vier Sprachen. Das heißt, ich habe auch den Vorteil gesehen, mein Sohn hat eine Förderung gekriegt, im sehr jungen Alter schon. Entschuldige, das ist ja alles gut und schön, also mit Nannys und mit Schule, aber so ein Kartenhaus kann schnell zusammenbrechen, zum Beispiel bei Krankheit. Du hast gerade in einem wichtiges Meeting, ein wichtiges Projekt, dann wird das Kind krank, dann wird die Nanny krank, dann braucht man Ersatz, dann ist der Mann nicht da. Naja, ich war ja selbst, ich war ja auch selbstständig oder bin immer noch selbstständig seit 20 Jahren, das heißt, ich konnte mir das ein bisschen einteilen auch. Also ich habe einen größeren Spielraum, als wenn ich im Angestelltenverhältnis wäre und ich habe auch immer eine Ersatztagesmutter gehabt. Also immer Plan B? Ich hatte immer Plan B, immer. Also ich bin jemand, der ständig am Planen und Organisieren war und das ist aber, ich muss dazu sagen, das war auch Glückssache, einen sehr pflegeleichten Sohn, der kaum krank war. Und da hat mir das Glück sicher ein bisschen in die Karten gespielt. Aber da gibt es sicher andere Kinder. Was denkt die Tanja genau über solche Erziehungsformen? Ich meine, es ist nicht unbedingt die Sache von Martina, aber wenn das Kind sehr früh sozusagen fremd betreut wird. Also gleich vorweg, meine Kinder haben keine Nanny und sprechen auch drei Sprachen, die ich ihnen beigebracht habe. Also man kann es auch so schaffen, ist weitaus günstiger. Und was denke ich darüber? Die Pädagogen machen einen tollen Job, aber sie sind trotzdem nicht ich oder die Mama. Ich kann dort nicht verfolgen, was alles passiert. Wenn sie dann ungut nach Hause kommen, weiß ich ganz genau in den vier Stunden, was passiert ist oder oft die Tagesstimmung hängt sehr stark ab von dem, was sie vorher erlebt haben. Und ich glaube, wenn man nicht Teil ihres Tages war, dann fehlt einem etwas. Und ich finde es einfach Karriere. Ich möchte auch Karriere machen, aber das Leben ist lang genug. Meine Kinder werden nicht ewig zu Hause sein und die Zeit mit ihnen bekomme ich nicht mehr zurück. Und Karriere kann ich dann wahrscheinlich noch toller machen. Ich glaube, je älter die Frauen werden, ist es ein bisschen so wie der Wein, dann desto besser werden sie vielleicht. Und ich glaube auch am Arbeitsmarkt, als ich in dem Alter war, wie du gesagt hast, in deinem Alter, tolles Bewerbungsgespräch. Und die zweite Frage war, möchten sie Kinder haben? Und dann natürlich habe ich nicht gelogen, habe ich gesagt, ja, möchte ich. Das hat mir gar nicht erlaubt, die Frage. Richtig, genau. Aber ganz kurz, Tanja, Martina hat den Kopf geschüttelt, dass du gesagt hast, ich kann da ein paar Jahren genauso Karriere machen. Nein, nein, nein. Also vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Nein, also ich komme ja jetzt, ich bin Österreicherin, wo aber seit vielen Jahren wohnhaft in Deutschland. Und ich kenne so ein bisschen die deutsche Konzernstruktur. Also wenn sie da jetzt ein Jahr weg sind, dann braucht man sie nicht mehr, trotz Fachkräftemangel. Wir haben in Deutschland einen hohen Fachkräftemangel. Das heißt Frauen, weil die Entwicklung ja so schnell vonstatten geht, dass ich kenne einige Frauen, die auch gedacht haben, also sie könnten lange, lange Jahre Auszeit machen und gehen dann wieder zurück. Und die mussten sich wirklich, also was ihre Einkommen, aber auch die Qualifikation, sie hatten eine gute Qualifikation, aber das hat ihnen nichts genützt. Das heißt, die haben runtersteigen müssen, sowohl vom Level, von der Hierarchie, als auch vom Einkommen. Also zu glauben, ich kann dort weitermachen nach zehn Jahren, das halte ich für eine, also aus der Praxis heraus, für eine große Illusion. Ich muss aber jetzt sagen, kurz reingrätschen, es kommt sicher auf die Branche an. Also ich weiß nicht, in welcher Branche du jetzt bist. Kann vielleicht möglich sein, dass das dann bei dir, wenn du halt eine Zeit vom Bildschirm weg bist, möglich ist. Bei mir wäre es zum Beispiel nicht möglich. Ich kriege ein Angebot für, keine Ahnung, eine super Moderation, ein langjähriges Projekt oder wie auch immer. Wenn ich da in dem Moment sage, na, ich will jetzt eigentlich gerade ein Kind und eigentlich könnte ich nur mehr ein halbes Jahr machen, dann ist mehr anderer da und das ist von Tisch. Ich glaube, das kommt auch darauf an, welche Ansprüche ich habe. Wenn die hier sagen, wir sprechen über Karriere, da verstehe ich wirklich Karriere. Das heißt, mittelres Management, Geschäftsführungsebene, Vorstandsebene oder ich bin zum Beispiel mehrfache Buchautorin. Ich will mich auch international aufstellen. Dann ist es mir nicht, also wenn ich mich entscheiden müsste und sagen würde, naja, dann gehe ich auf irgendeine Stelle zurück. Das ist für mich dann keine Karriere. Aber Karriere ist subjektiv. Weißt du, für dich ist Karriere quasi oberstes Management. Genau. Für jemanden, der zum Beispiel beispielsweise im Supermarkt arbeitet, ist vielleicht dann die Karriere Filialeiterin. Aber auch da bedeutet es, dass man halt quasi eine Zeit lang arbeiten muss, um das System zu kennen. Es geht ja dann auch ein bisschen, Tanja, um die Pensionsjahre. Also viele Frauen, vor allem so Frauen wie Monika in ihrer Generation, aber da gibt es ja heute auch noch, die quasi vom Mann abhängig sind. Der Mann verdient gut, dann kommt es zu einer Trennung. Viele Frauen, nicht ihr jetzt, aber viele Frauen bleiben tatsächlich auf der Strecke. Und am Ende des Tages quasi haben sie dann entweder Mindestpension, haben sich nicht wirklich verwirklicht, haben alles für die Kinder getan. Wie die Vanessa sagt, Garantie hast du nicht, dass die Kinder dich dann noch unterstützen können oder wollen. Also auch das ist ein Thema, das ich jetzt mal versuche, hinwerfe zu euch. Ja, die Dame hat zuerst eine Bemerkung gemacht, da möchte ich dir zur Stellung nehmen. Welche? Vanessa? Ja. Und zwar hast du gesagt, ich möchte leben. Ja, kann man natürlich mit denen. Das ist so ein geflügeltes Wort, das sagen viele. Weil, glauben Sie, wenn Sie Kinder haben, leben Sie nicht mehr. Doch, also das war vielleicht ein bisschen zugeschwindig, aber anders. Ja, doch, ich glaube, wir müssen das schon ganz ehrlich sagen. Von den beruflichen Frauen, ja, oder eben Karrierefrauen, dass sie glauben, wenn sie ein Kind bekommen, dann ist das Leben vorbei, weil man ist nur mehr 24 Stunden. Ja, nein, absolut nicht. Also, da kann ich Ihnen nur sagen, es entgeht Ihnen sehr viel, wenn Sie nicht Mutter sind. Jede Frau sollte eigentlich Mutter werden, schon wegen dem Körper, auch der Entwicklung. Na, gemeint habe ich eher so in Bezug, eben weil ich so lange studiert habe. Ja. Ich habe ja während dem Studium auch gelebt. Ich wundere mich im Nachhinein, wie ich das geschafft habe, fortgehen und wenig schlafen und am nächsten Tag Prüfung. Aber einfach... Dann wärst du gut vorbereitet. Genau, ja, also ich sage ja, also ich könnte das schon handeln, ja, aber einfach ich selbst... Aber weil du gesagt hast, du möchtest leben und du möchtest Urlaub fahren, man fahrt ja auch mit den Kindern ein. Ja, aber anders. Ganz sicher anders. Aber was sagt, dass der andere Urlaub schöner ist? Nur mit dem Mann. Ich glaube, was die Vanessa meint, ist diese Spontanität. Also, dass man einfach sagt, über das Wochenende fahren, jetzt einfach nach Florenz. Das geht mit Kind, natürlich, aber schwieriger. Dann wird vielleicht das Kind krank oder... Also, diese Spontanität, Milena, es ist einfach wirklich, es ist ein Unterschied. Man lebt ohne Kinder doch anders. Und ich finde, das ist halt auch so, man soll das dürfen, dass man sich dafür entscheidet. Ja, aber ich finde trotzdem, dass Eheleben möglich ist. Man muss es sich einfach nur gut einteilen. Man muss wirklich, also wir haben das damals so gemacht, wir haben wirklich einmal im Monat ein Wochenende für uns geplant, wo wir eben die Großeltern gefragt haben, ob sie auf die Kinder schauen. Also wir haben uns solche... Wenn man keine Großeltern hat, so wie wir? Ja, natürlich. Es gibt immer, da muss man sich ein Kindermädchen nehmen oder was auch immer, aber es, wenn, wo, ein Wille, da ein Weg, sage ich jetzt einmal. Und das ist aber, glaube ich, auch total wichtig. Weil wenn du eben nur bei den Kindern bist und deine Ehe vernachlässigst, dann wird das auf kurz oder lang auch nicht so enden, wie man es möchte. Weil ich sage immer, wenn ich die Kinder frage, dann weiß ich, am glücklichsten sind sie dann, wenn es Mama und Papa gut geht. Ja, das heißt, wir schauen wirklich bewusst auch immer drauf, dass wir unsere Ehe pflegen, dass wir Ehewochenenden machen. Wir machen einmal im Jahr auch gemeinsam nur wir zwei Urlaub, wo wir wirklich, so wie in den Herbstferien, fünf Tage gemeinsam weg waren. Ich meine, meine Kinder sind jetzt mittlerweile knapp 18, 15 und 12. Jetzt ist es schon leichter. Aber auch, wie sie kleiner waren. Und arbeitest du jetzt wieder? Und jetzt bin ich wieder in den Beruf zurückgekehrt, wobei ein bisschen anders. Aber, wenn ich das jetzt gleich erzählen darf, ich hatte schon als Kind einen Traum. Und dieser Traum war, ich möchte mal gerne, ich bin Volksschullehrerin, ich hätte so gerne eine eigene Schule. Ich habe von einer Privatschule geträumt, bilingual. Ich habe geträumt davon, von einem Ort, wo diese Werte, die ich zu Hause erleben durfte, vom Lehrpersonal mitgetragen werden. Also Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule. Und jetzt bin ich vor zwei Jahren wirklich in meinem Beruf wieder zurückgekehrt. Und es ist durch viel Glück, durch viel Segen einfach möglich geworden, dass ich zu den richtigen Leuten gekommen bin und ich darf jetzt eine Privatschule koordinieren. Ja, und vor allem hast du jetzt die Erfahrung, die du gemacht hast als Mutter, weil man ja oft sagt, es ist Multitasking. Oder auch Milena hat gesagt, man ist ja nicht nur Mutter, man ist auch Köchin, Krankenschwester, Taxifahrerin, Psychologin, Managerin. Du bist ja alles, wenn du Kinder hast. Ja, Sparing-Partnerin. Und das kannst du jetzt auch alles quasi anwenden in deiner Schule. Aber nehmen wir mal an, du hättest plötzlich, als das kleinste Kind dein Baby war, mit Trennung zu tun gehabt und wäre es dann alleine gewesen. Und es wäre sich nicht ausgegangen, zu Hause bei den Kindern zu sein. Die Frage geht natürlich auch an die Dania und an die Monika. Viele Frauen müssen auch arbeiten, weil sie nach einer Trennung einfach das Leben finanzieren müssen. Genau. Und auch keine Alimente bekommen. Genau. Und deshalb finde ich auch, dass wir nicht das Recht haben, andere zu verurteilen. Wie gesagt, das ist mein Wunsch gewesen. Das ist auch der Wunsch von diesen Damen hier gewesen. Aber genauso haben diese Damen ihren Wunsch. Ich glaube, du musst für dich selber wirklich ganz tief ins Herz hören, was ist das Wichtigere. Und ich sage immer, Beruf später ist noch möglich. Vielleicht nicht in dieser intensiven Form, also als Karrierefrau. Ich wollte aber auch nicht Karrierefrau werden. Also ich wollte einfach... Aber du kannst schon von Glück sprechen, dass du diese Situation hattest. Ja. Dass der Mann da war. Weil ich vermute, dass er dich auch unterstützt hat, nicht? Ja. Also auch wenn du die Hauptarbeit der Erziehung übernommen hast. Ja, und er hat mich total wertgeschätzt. Also er hat es genossen, wenn er nach Hause gekommen ist. Und er hat gewusst, es geht den Kindern gut. Und die Werte, die wir im Herzen tragen und wie wir uns Familie vorstellen, das wird genau so weitergegeben. Und nicht von einer Pädagogin mag sie auch noch so toll sein, ja. Aber trotzdem, im Zusammenhang mit der Mutterliebe, kommt das noch einmal anders an. Es kommt auch auf die Anzahl der Kinder drauf an. Für mich wäre ein Kind kein Kind gewesen. Ich habe drei Töchter und ich hätte auch eine vierte Tochter bekommen können. Also es wäre für mich... Und hattest du nie Angst zu Zukunftsängste? Was ist, wenn... Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so eine Jungmutter war. Ich war mit 22, habe ich meine erste Tochter bekommen. Und mit 24 die zweite. Und dann war ein bisschen eine Pause. Und wie ich dann mit 28 die dritte Tochter bekommen habe. Und ich habe keine Großeltern gehabt, zum Unterschied von dir, Elisabeth. Aber ich bin dafür jetzt eine Vollzeit-Oma auch, weil meine Töchter teilweise berufstätig sind. Und der Plan B ist immer die Oma. Sie haben auch alles organisiert und das ist ja jetzt heute, wie gesagt, alles möglich. Die sind alle berufstätig und handhaben das nicht so wie du. Doch. Weil sie nur... Wie soll ich sagen? Der Haushalt ist nicht mehr so viel Arbeit wie zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit ist alles gekocht worden, genäht, gestrickt, gebügelt. Keine Mutter oder Hausfrau bügelt halt mehr Bettwäsche oder Unterwäsche. Bei mir ist alles... Da hätte ja eine berufstätige Frau keine Zeit und das sind nachher jetzt ganz andere Materialien. Vor allem, Martina macht das die Sauberfäne. Also Putzau. Die Wäsche oder... Naja, das Haus, das Putzen. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Mann, der fast etwas hausfraulicher organisiert ist und engagiert ist, als ich es bin. Also mein Mann legt hier Wert auf Wäsche und so weiter. Aber ja, ich habe eine Reinigungsfrau. Es gibt ja jetzt alles bügelfrei. Es gibt ja alles bügelfrei. Und das meine ich eben mit einteilen der Rollen. Und deswegen mag ich diesen Begriff Business Mama einfach sehr gern. Du musst dich trotzdem organisieren. Also niemand kommt... Mein Mann lacht immer. Es kommt halt heute auch wieder niemand, der die Wäsche macht. Wie gesagt, du, Melena, aber wie ist das bei euch? Also die Kinder sind schon im Kindergarten? Ja. Und wurden beide mit circa einem Jahr ein bisschen mehr, 13, 14 Monaten, in die Einrichtung gegeben. Und Tanja, das wäre für dich, wie gesagt, nicht in Frage gekommen, weil du das Kind nicht fremdbetreuen magst. Oft sagt man aber, dass gerade viele Menschen vielleicht einen guten Einfluss auf das Kind haben könnten. Und nicht nur die Mutter oder der Vater. Nein, also sie picken nicht nur an mehr. Wir haben einen ganz großen Familien- und Freundeskreis. Also sie haben ganz, ganz viele andere Einflüsse. Sind jetzt auch mittlerweile in der ersten Volksschule und im Kindergarten. Aber eben die dreieinhalb, vier Stunden, ich glaube, die reichen, um sich auszutauschen mit anderen Kindern und zu lernen, dass jemand teilen muss. Tun dir Kinder ein bisschen leid, das hast du schon erzählt, tun dir Kinder ein bisschen leid, die so schon mit einem Jahr quasi abgegeben werden in eine Fremdbetreuung? Ja, schon. Also ich bin da ganz, ganz, mir tut es leid, wenn ich meine Kinder jetzt wecken muss. Und wenn ich dann in den Kindergarten komme und meine Kinder abgebe und dann sehe ich dort ein einjähriges Kind, das ich nicht äußern kann, die Nase läuft, dann möchte ich es am liebsten nehmen und mich um das Kind kümmern. Und weil es einfach nicht möglich ist, bei 20 Kindern sich so zu kümmern, wenn der Betreuungsschlüssel, mir blutet das Herz, auch sie in der Früh zu wecken. Ich möchte, dass sie so lange schlafen und im Pyjama sind wie möglich. Ja, die tun mir auch leid, die sich dann zerreißen. Die Kinder mit einem Jahr abgeben müssen, weil ihnen sehr viel entgeht. Sehr viel. Milena fragt, wieso? Weil man einfach, die Kinder sind nur einmal klein. Und man sieht sie heranwachsend, man macht alles mit ihnen, man kennt sie. Das Kind ist nicht dein unbekanntes Wesen. Ich kenne mein Kind so 150 Prozent. Also das ist genau das, was ich eben sagen will. Ich verstehe deinen, wir haben in Österreich ein absolutes Problem mit Einrichtungen, Personalschlüssel, der Definitivmangel. Ich habe mir die Einrichtung sehr, sehr genau ausgesucht. Beide meiner Kinder, sie gehen in dieselbe Einrichtung. Es ist, was mir wichtig war, ein offenes Haus. Es ist ein Montessori angehofftes Haus. In jedem Zeitpunkt wäre der große Bruder beispielsweise für die Kleine da gewesen. Ich sage nicht, dass ich da reinspaziert bin mit einem Jahr mit den Kindern und mir gedacht habe, wuh, hey. Also ich bin das erste Mal raus bei der Türe und habe mich ins Auto gesetzt. Da habe ich mir gedacht, huh, Gott sei Dank hat sie jetzt gesagt, ich darf fünf Minuten rausgehen. Jetzt heule ich hier einfach, wisch mir das alles weg, gehe rein und tue so, als ob sich das total gut anfühlt. Ich war mir absolut nicht sicher, ob das das Richtige ist. Aber was ich einfach zur Verteidigung von uns Mamas sagen will, ich finde es großartig, wenn ich komme und meine kleine Noni läuft mir von Weitem schon entgegen und zeigt mir, was sie nicht heute wieder gebastelt hat. Mir die Pädagogin sagen kann, wie sie geatmet hat. Und das ist aber bitte die Krippe, wo sie einfach noch viel kleiner sind, also viel weniger Kinder da sind. Ich kriege schon sehr exakt vieles mit. Ich verstehe natürlich, du möchtest nicht, dass eine Fremde dir nacherzählt, was das Kind dort erlebt hat. Für mich ist das immer großartig, weil in dieser Zeit kann sich die Mama zu 150 Prozent ihrem Herzenstraum widmen. Und bei uns ist es jeden Tag dasselbe. Wir haben eine ganz genaue Struktur. Ich wechse sie übrigens nicht, außer manchmal, wenn der Kleine so lang wach war. Also es gibt eine ganz genaue Struktur. Und jeden Tag, wenn ich sie um 15 Uhr abhole, dann wissen sie ganz genau so, und jetzt ist 150 Prozent Mama da. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich aus irgendeiner dieser beiden Welten was verpassen würde. Ist dir auch wichtig gewesen, sozusagen Business-Mama zu sein, weil du dein eigenes Geld haben möchtest? Ja, absolut. Das wäre die Horrorvorstellung. Wie war das oder ist das bei euch? Weil ich meine, nur zu Hause zu sein beim Kind bedeutet aber auch kein Einkommen zu haben. Kein eigenes. Also wie gesagt, es ist der schwierigste Job der Welt, aber er zeigt sich leider nicht am Konto. Also wie es sich zeigen sollte. Genau. Genau, also ich habe, muss ich dazu sagen, immer ein bisschen daneben irgendwas gemacht. Zehn, zwölf Stunden. Einfach, weil ich gewisse Sachen nicht rechtfertigen möchte. Nicht, dass mein Mann das gemacht hätte. Aber ich möchte mir vielleicht irgendein paar Schuhe kaufen, das 38ste, und möchte nicht erklären, wieso ich mir das... Das heißt, ihr habt ihr ein gemeinsames Konto oder musstest du aus dem Geld gebeten... Nein, gar nicht. Ich habe die Karte des Kontos meines Mannes und mein Konto und genau irgendwas... Aber du hast trotzdem, wenn du was gekauft hast, hast du trotzdem gesagt, ich habe das und das gekauft. Also nicht deine Schuhe, die du dir selber erarbeitet hast, aber für die Kinder... Nein, gar nicht. Also es ist bei uns überhaupt kein Thema. Geld, das war von Tag 1, ich komme aus einer Familie, wo das irgendwie gang und gäbe ist, dass man kein getrenntes Konto hat. Also dass man kein gemeinsames Konto, dass man sozusagen ein Familienhaushalt ist. Und ich muss mich über keine Position am Konto wegwerden. Aber wäre das zum Beispiel anders, wenn man den Job der Hausfrau vielleicht staatlich monetär aufwerten würde, dass dann vielleicht sogar mehr Mütter zu Hause bleiben würden? Also ich persönlich finde das eine sehr tolle Idee. Das wäre eine tolle Idee, weil ich bin praktisch ab meinem 22. Lebensjahr Hausfrau. Und ich war wirklich 30 Jahre Hausfrau und war 30 Jahre finanziell von meinem Mann abhängig. Ich habe Glück gehabt, weil mein Mann hat eine gute Position gehabt, hat gut verdient. Aber in den Anfangsjahren, wie die Kinder noch klein waren und wir haben dann eine Eigentumswohnung gekauft, da hat man schon ein bisschen bescheidener sein müssen, wie die Frauen heute. Also die Frauen stellen hohe Ansprüche. Und ich glaube, dass das gar nicht immer notwendig wäre, weil ich muss ehrlich sagen, der Staat würde sich sehr viele staatliche Einrichtungen sparen, wenn die Frauen daheim sein könnten. Meine Kinder sind mit vier Jahren in den Kindergarten gekommen und ich habe nicht draußen geheilt, dass jetzt das Kind da drinnen ist. Weil ich muss ehrlich sagen, mit vier Jahren sind sie gern gegangen, haben mit anderen Kindern gespielt. Aber es gibt ja so viel Freizeit. Es geht ja auch um die Freizeit. Die Kinder haben zwei Monate Ferien. Aber wie waren das dann? Also zuerst, glaube ich, will der Martina was dazu sagen? Ja, mir fehlen da fast ein bisschen die Worte. Ich werde da so ein bisschen sprachlos bei dieser Forderung, dass mehr Frauen zu Hause bleiben könnten, weil ich denke, da gehen wir ja zurück in die 70er. Also ich glaube, wir müssen... Die wollen. Ich glaube, die Frauen, die daheim bleiben wollen. Ja, aber bei diesem Thema Frauen, die daheim bleiben wollen, ich sage immer, wir alle, ich bin Psychologin, ich habe so ein bisschen psychologischen Background, das heißt, wir denken ja auch das, was man gelehrt hat, uns zu denken. Das heißt, wenn ich von Kindesbeinen auf von meiner Mutter und von meinem Umfeld zu hören bekomme, naja, such dir mal einen Job, wo du Kind und Familie vereinbaren kannst und es ist doch schön und wenn du früh nach Hause kommst, dann wirst du versorgt. Das heißt, das ist ja immer so ein bisschen, ich würde sagen, so ein kleines Brainwashing, ohne dass das vielleicht bewusst negativ auch gemeint wird, sondern da färben sich ja über die Generationen bestimmte Stereotypien, Rollenzuschreibungen an die nächste Generation, das wird weitergegeben. Und wenn ich aber nicht, und das habe ich bei mir gesehen, ich bin ja weggegangen aus Österreich, bin nach Deutschland gezogen mit meinem Mann, habe mich weitergebildet, habe studiert, habe angefangen, irgendwann Bücher zu schreiben, bin in ein anderes Milieu hineingekommen, ich habe gesehen, wie forschenden leben, wie gesagt, habe ich schon erzählt, ich bin ein bisschen in einem anderen Milieu zu Hause, habe gemerkt, welche Möglichkeiten die Frauen haben, wenn man dann auch so ein bisschen den Konterpart merkt, was alles möglich ist. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, dass wir ja, die Milieus sind so getrennt, das heißt, so wie Sie, das ist jetzt kein Vorwurf, aber Sie haben nichts anderes kennengelernt, als das, was Sie kennengelernt haben. Wenn ich aber rausgehe und in andere Milieus eintauche, dann wäre plötzlich, aha, ich könnte ein Studium machen, ich könnte ein zweites Studium machen, ich könnte promovieren, ich könnte dann irgendwann das mittlere Management, ich könnte Geschäftsführungstätigkeiten übernehmen, dann kommt Kohle, dann kommt ja auch, also mit dem Geld, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und dass jede Stufe, die ich erreiche, kommt irgendwann eine nächste Stufe und so kann ich mir mein Leben gestalten. Also das, was Sie gesagt haben, diese finanzielle Abhängigkeit heißt ja auch letztendlich auch emotionale Abhängigkeit. Das heißt, ich muss mich ja immer ein bisschen unterordnen, immer so ein bisschen kleiner machen. Und ich frage mich, danke, wie das dann gewesen wäre, Elisabeth, wenn dein Vater zu Hause gewesen wäre, wäre das dasselbe gewesen, dieselbe Erinnerung? Oder war es eben die Mama, die diese Wärme im Haus verbreitet hat? Ja, es ist die Mama, die die Wärme im Haus verbreitet. Auch wenn mein Vater für die damalige Zeit, finde ich, sehr fortschrittlich war, weil ich bin in den 80er Jahren geboren und er ist auch mit dem Kinderwagerl einmal gefahren und das haben damals ganz wenige später gemacht oder einmal gewickelt oder den Müll rausgetragen. Also er war nicht der Typ, der nach der Arbeit nach Hause gekommen ist und die Füße hochgelegt hat. Ja, also das war nicht so, habe ich ihn überhaupt nicht kennengelernt, aber trotzdem bin ich dankbar, dass die Mama zu Hause war. Die Mama ist diese Nestwärme und der Papa ist der, der bestätigt, gerade bei den Mädels, du bist hübsch, du bist schön, du bist intelligent, du kannst was, trau dich was, probier das. Das ist der Papa und eine Mama ist eine Mama. So war das bei uns auch, weil meine Mädchen, meine drei Töchter haben alle drei studiert und die haben ein Musikinstrument gelernt, die haben Sport ausgeübt, die sind durch die Welt gereist, also alle fünf Kontinente, immer ab dem 16. und 17. Lebensjahr dann in den Ferien. Also, kann ich vielleicht sagen, dass meine Töchter Karriere gemacht haben, aber ich war nicht die Karrierefrau, ich war einfach die Vollblutmama. Genau, und das ist der Punkt. Viele Frauen wollen gar nicht Karriere machen oder später machen. Aber das, worum es der Martina geht, ist, wenn zu viele in der Gesellschaft so denken, können sich Frauen nie verwirklichen. Und das wäre schade, weil in all den Epochen es wahrscheinlich tolle, begabte Frauen gegeben hätte, die aber gefesselt waren, sozusagen, an diese Konventionen, die mussten zu Hause bleiben, weil der Mann sich verwirklicht hat. Und deswegen ist es doch ein Appell an die Gesellschaft, Milena, dass man es so ändert, dass sich Kinder zu Hause wohlfühlen, dass beide Eltern theoretisch zu Hause bleiben könnten und dass sich die Frauen auch verwirklichen können, dass Bildungseinrichtungen so verbessert werden, dass man nicht vermutlich weint, weil das halt anders ist, als es selbst ist. Amen. Nein, aber genau, das ist ja das, was ich sage. Nur noch mal ganz kurz zur Erklärung, das mit dem Weinen, dieses Ding, weil du vorhin gesagt hast, und ich musste nicht weinen. Ich weine heute auch nicht mehr, meine Kinder auch, keinen einzigen Tag. Weil wir eine großartige Einheit. Ich vertraue den Pädagoginnen dort. Inwiefern können Männer in die Pflicht genommen werden? Was steht da? Also ich habe ein schönes Motto dazu. Ich sage immer nicht, eine Frau bekommt ein Kind, sondern ein Paar bekommt ein Kind. Das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Haltung, die dahinter steht, wenn ich sage, wir, du und ich, wir bekommen ein Kind. Ich habe Freundinnen, die jetzt hier viel Karriere machen. Die sind verheiratet mit Männern, die entweder selbstständig sind oder gar nicht arbeiten. Das heißt, das sind dann, da sind die Frauen die Vollzeiternährerinnen. Manche können, glaube ich, sehr gut damit leben und manche können, glaube ich, weniger gut damit leben, weil sich diese Rollenverdrehung, also der Rollentausch, der da stattgefunden hat, ja noch nichts ist, was in der Gesellschaft so anerkannt ist oder so angekommen ist. Da dazu gesagt, ich habe mit meinem Mann schon oft auch über dieses Thema gesprochen. Und was ich bei jedem Gespräch heraus gehört habe, war, dass es ihn auch bestärkt in seinem Mann sein, dass er quasi den Versorger-Part hat, den Beschützer-Part. Das heißt, er ist auch glücklich und ich bin auch glücklich, weil er mir diese Bestätigung auch gibt und dankbar ist. Ich bin eher bei uns die Managerin zu Hause. Das heißt, ich organisiere eben die Kindergeburtstage, aber auch, dass jeder zu jedem Jahreszeitwechsel wieder passendes Gewand im Kasten hat. Er checkt alles. Genau, einfach alles, jeden Arztbesuch, alles. Was mir dann auch später... Er hat ein angenehmes Leben, also er muss nur arbeiten. Naja, wenn er nach Hause kommt, dann ist es sein Part. Und dann kann ich auch ganz, dann nimmt er mir wirklich die Kinder ab und dann kann ich ganz viel für mich... Ja, Elisabeth, aber warum ist es immer noch so, dass sich Frauen entscheiden müssen zwischen Karriere und Kindern und Familie? Weil die Frauen die Kinder bekommen. Frauen kriegen wie Kinder, das ist naturgegeben. Das wird immer so bleiben. Genau, und das ist in uns einfach drinnen. Ich sage, das ist ein tiefster Instinkt, dieses Bedürfnis, also zumindest ist es in mir. Ich finde es schade, dass unsere Natur eine Regel vorgibt. Finde ich total schade. Das ist also wirklich so ein bisschen... Okay, Mutter Natur sagte, die Frau bekommt das Kind und damit verliert die Frau sich selber. Kein Recht mehr auf... Das ist so ein bisschen... Jetzt darf man irgendwie nicht entscheiden, dass der Vater zu Hause bleiben soll oder so. Also ich kann nicht sagen, ich verliere mich selber. Ich gewinne mich erst so richtig ganz. Weil erst wenn sich die Liebe beginnt zu verschenken, dann ist die Liebe genau in ihrem Element. Und dann bekommst du so viel zurück. Und das erfüllt dich mit einem... Mit nichts, aber kein Geld kann die Karriere, nichts kann dich so erfüllen. Elisabeth, das ist etwas Positives. Aber es gibt auch, Tanja, diese Momente, wo die Kinder schreien und streiten, das Essen passt nicht, dann werden sie krank, dann ist man völlig fertig und wir kennen das alle, Vanessa noch nicht. Aber die durchweinten Nächte, wo man einfach nicht schlafen kann und müde ist, also Honigschlecken ist das nicht immer, ja? Nein, gar nicht, gar nicht. Also ich sage, wenn ich ein Arbeitgeber wäre und ich hätte zwei Kandidatinnen mit selber Ausbildung, würde ich die Mutter nehmen. Ich glaube, man entwickelt eine Multitasking-Fähigkeit, die ich bis dato nicht krank hatte. Und es gibt Tage, wo ich mich am liebsten einsperren möchte oder in die Stadt laufen möchte. Aber die Frage ist immer noch, warum müssen sich Mütter, Martina, entscheiden? Weil es natürlich ist, wenn ich Karriere mache, ich sage immer Kriegsschauplatz unternehmen, das ist anstrengend. Es ist anstrengend, nicht nur, weil ich meine Mutterpflichten habe, aber es ist, Karriere zu machen, ist eine anstrengende Angelegenheit. Und ich kann mich als Vollzeitmutter so ein bisschen, naja, in die Hängematte auch zurückziehen. Und wie ist es eigentlich so mit der Frauenpower? Ist es nicht immer noch so, dass eigentlich die Männer viel bessere Seilschaften bilden als die Frauen und dass doch Frauen sich eher gegenseitig kritisieren und dass man es ja sowieso niemandem recht macht? Also wenn wir das jetzt alles umdrehen und hier säßen sechs Männer, drei hätten gesagt, na, ich bin beim Kind geblieben, drei hätten gesagt, na sicher nicht, würde man das wahrscheinlich so, die würden sich vielleicht nicht gegenseitig das vorwerfen, diese Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe. Ich glaube schon, es würde den Männern, die hier sitzen, vorgeworfen werden, dass sie ein Pantoffelheld sind oder dass sie irgendwie, dass sie nicht ihren Mann stehen können, weil sie zu Hause bleiben. Aber würde das der Mann, der Karrieremann, den Pantoffelhelden sagen? Ich glaube schon, vielleicht nicht so emotional, aber ich glaube schon, er würde sagen, was bist du für ein Mann, du... Also mir ist es nicht, du glaubst eher, dass Frauen sich eher verurteilen. Wir vergleichen uns immer gegenseitig, immer, wir vergleichen immer diese Rollen und wir können, und das ist, ich liebe Frauen, ich bin zumindest in 100%, aber wir sind halt schon sehr bewertend und deswegen habe ich das so schön gefunden, wo du vorhin gesagt hast, ich finde, man sollte nicht verurteilen. Wenn wir doch einfach mal einen Schritt zurückgehen würden und sagen würden, großartig, du bist 30 Jahre bei den Kindern zu Hause und wenn einmal jemand sagen würde, hey, voll cool, du hast es umgesetzt, dir war das wichtig und deswegen hast du es auf dich genommen, das für dich halt einfach manchmal ein bisschen anstrengender ist. Super, dann wäre die Welt einfach einfacher und ich glaube, dass es Männer oft schon eher so tun würden. Genau und ich glaube, dass es einfach total wichtig wäre, weil es eben viele Mütter gibt, die gerne zu Hause bleiben möchten. aber das gar nicht können, weil sie sich finanziell das nicht leisten können. Das hier der Staat wirklich etwas ändert, dass wir, wenn jemand möchte, diesen Schritt ergreifen kann. Und das ist nämlich auch der Punkt, das sagt, viele Frauen... Die waren nicht einmal versichert. Genau. Und dann kommt die Pension und dann... Und wie viele Abertausende Mindestpensionistinnen gibt es, die, entschuldige, Kinder großgezogen haben, den Männern den Rücken freigehalten haben, die alles gemacht haben und jetzt dahin darben. Also das muss man schon mal auch so sagen. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Das ist nicht fair. Du hast ja den Vergleich, Monika, du hast ja dann irgendwann einmal kurz zwar nur, ich glaube, zehn Jahre oder so, wie lange hast du gearbeitet als Reisebürochefin? Ich wollte es gerade erzählen. Zehn Jahre, oder? Ich bin zehn Jahre. Ja, genau. Und jetzt hast du ja da viel gearbeitet und bist im Beruf aufgegangen und du warst Mutter. Was war schöner? Nein, das kann man nicht vergleichen, was schöner war, weil ich habe ja meinen Beruf... Falsche Antwort. Absolut richtige Antwort. Nein, das kann man nicht vergleichen. Ehrlich. Mein Mann hat mich sehr gut versorgt, muss ich sagen. Ich hätte daheim bleiben können. Ich hätte Deutsche Witte machen können, das wollte ich nicht, weil ich wollte eine Aufgabe. Ich war ja, 30 Jahre, habe ich ja eine Aufgabe gehabt und da kann ich Ihnen ein ganz lustiges Beispiel erzählen, wie meine jüngste Tochter in den Kindergarten gegangen ist. Da habe ich gesagt, was habt ihr heute gemacht? Ja, die Tante hat gefragt, was wir mal werden wollen. Dann ist das so dahingegangen. Ja, die Buben haben gesagt, ja, ich möchte gern Polizist werden oder Pilot. Die Mädchen haben gesagt, ich möchte gern Friseurin werden. Meine Tochter hat gesagt, ich möchte einmal nichts werden, so wie meine Mama. Und das war das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe. Weil nichts, so wie meine Mama, also kann ich nichts falsch gemacht haben, wenn sie das auch werden will. Aber das Nichts bezieht sich auf den Beruf. Es war kein Beruf. Es war einfach, es ist kein Beruf. Aber man müsste rein theoretisch, die Gesellschaft müsste sich doch ändern. Ja, genau. Bewertung des Berufes, Hausfrau und Mutter. Aber man müsste halt eben die Männer in die Pflicht nehmen. Ja. Und nicht einfach, ich meine, klar schaffen es die Frauen alleine auch, aber das ist, oder Milena? Aber wie? Und das ist genauso, wie wir Frauen, die zu Hause bleiben wollen, zu unterstützen, finde ich aber auch, Frauen, die mehr wollen, zu unterstützen. Weil es ist nämlich gar nicht so easy, einen Kindergartenplatz zu kriegen, zum Beispiel. Also ja, definitiv. Und ich finde, dass das einfach, ja, die Männer sollten definitiv mehr in diese Rolle gebracht werden. Und das sollte auch nicht mehr belächelt werden, weil man muss sich auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie geht es dem dem Mann, der sagt, ich gehe jetzt in Karenz, pff, kannst du ja alte nicht? Also so. Genau. Oder der Mann, der akzeptiert, dass die Frau einfach mehr verdient und nichts arbeitet. Wie kann man, Martina, die Männer in die Pflicht nehmen? Ich glaube, dass der Staat, beziehungsweise Unternehmen, auch Angebote machen müssen, die sich vor allem an Männer und Väter richten. Viel mehr Väter und Männer einfordern. Oder auch durch Vorbild. Also ich kenne einige männliche Geschäftsführer, die auch in Elternzeit gegangen sind. Tanja, wäre das eine gute Entwicklung? Ja, was mir noch einfällt, wäre, dass man sich Positionen teilt im Unternehmen sozusagen. Man hat eine Buchhalterin und man sagt, jede macht, wie auch immer, viele Stunden, 15 Stunden, dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, ein bisschen finanziell unabhängig zu werden, sein Gehirn etwas mehr herauszufordern und nicht diesen Druck zu haben, alles zu jonglieren und zu viele Teller Vollzeit. Es gibt da diese schöne Sprichworte, ein ganzes Dorf erzieht, ein Kind, ein afrikanisches Sprichwort. Das fände ich auch sehr schön, wenn man das ein bisschen in unsere Gesellschaft so drüber streuen könnte. Aber wir sind alle vermutlich gefragt. Und Vanessa hat jetzt vielleicht viel gelernt für sich selber, wenn sie sich entscheidet, ein Kind zu kriegen. Wichtig ist, sich dem Vater genau anzuschauen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ihr habt das super rübergebracht, die Argumente der einen und der anderen Seite. Vielleicht wäre es tatsächlich, im 21. Jahrhundert, im dritten Jahrtausend an der Zeit, zu erkennen, dass Kindererziehung eben nicht nur Frauensache ist und auch Kinderbetreuung. Nur durch die gemeinsame Verantwortung können glückliche, gesunde und freie, kleine Menschen sich entwickeln. Und eine Zukunft, die dann diese Themen vermutlich obsolet machen würde. Das dauert aber sicher noch seine Zeit. Danke fürs Zuschauen. Wenn auch Sie einmal mitdiskutieren wollen, dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an.